so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal sargen power am start ja freunde freunde des guten geschmacks lego star wars dks die komplette saga video nummer 110 episode 6 kapitel 4 mini kids power stein und herausforderungen ja und gleich mal vorweg würde ich mich natürlich über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr mich mit einem kostenlosen abo unterstützen wollte dann einfach den abo knopf betätigen schon seit er in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt dann wisst ihr ganz genauer sachen power ist am start sachen power hat ein video geladen sachen power ist last im game und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv xstgdxpower oder den link in der videobeschreibung nutzen und wenn jemand ein trinkgeld da lassen möchte dann auf www.payball.me slash xstgdxpower oder auch da den link in der videobeschreibung nutzen ja meine freunde dann schauen wir mal was fehlt noch so uns fehlt der goldene power stein der goldene power stein lost uns fehlt der goldene stein uns fehlen sieben mini kids uns fehlt der rote power stein und uns fehlt die herausforderung mit den zehn blauen kanistern und wie ihr jetzt unter dem darf weiter sehen könnt ich habe natürlich den power stein immer vorhin im letzten video gekauft haben habe ich jetzt aktiviert und wir haben jetzt einen steinchen zähler von mal 3840 mehr kann ja nicht gehen seitdem man hat eine doppelte punkte zone ja da würde ich sagen wir gehen rein und ziehen es durch wir sind ja schon mal durch mit dem spiel so rein da let's go so das überspringen wir wir haben ja keine video ist gott dann können wir gleich mal hier denn okay das machen wir gleich so wir schießen ja gern auf wo wir haben da mal ein dinge all kaputt gemacht denn dann schon sechs millionen steinchen da oben stehen da kommt was zusammen jetzt hier jetzt jetzt haben wir es geschafft jetzt wir holen uns auf den gamerscore wieder eine million steinchen so dann machen wir mal hier auf wunderbar so jetzt gehen wir erst mal hier auf den stuhl und lassen uns doch hoch liefen um zu gucken was da ist mein gotter muss komplett durchschalten so wir haben aber nichts können wir hier rüber fliegen ja können wir das ding hier nicht so gut nochmal denn hier und wir haben schon 24 millionen da geht der zähler hoch du islands so was kriegen wir hier oben kriegen wir nur münzen so wichtig dass sie naja münzen ist auch was wert sagt fliegen wir wieder zurück sonst gibt es ja da nichts so das ist das gute wenn man schnell bauen drin hat wunderbar wird gut okay gibt es nur münzen so können wir hier noch was kaputt machen die stühle können wir kaputt machen es denn nun nicht kaputt machen okay das haben wir abgegrast aktivieren wir die lampe gut schießen wir die dinger kaputt laufen einmal drumrum genau da auch noch blau so die lampe hier an eigentlich wenn es so weg springt wir müssen eigentlich nur gucken mini kids und power stein das ist das wichtigste aber statt sind auch wichtig wir müssen ja eine million zusammen kriegen so aktiviert das denkt gut so schön jetzt laufen wir einmal hier hinten rum weiter geht es nicht okay wir kommen hier nicht rum schön aber wir lassen mich das hier machen genau gibt es mich auch noch ein paar stars soll ja aber noch eine lampe lampe hier genau wunderbar da mache ich nicht lange rum da fliege einfach rüber so wird sehr schön wunderbar da drin ist gleich ein mini kid auch wunderbar wir machen das so kleiner fehler so hoch und so kommen wir dann auch an das mini dran genau so aber ich bin mir auch sicher mit genau so hier hoch sag ich doch so wir wollen die steine darüber natürlich auch mitnehmen so 84 millionen wir haben noch keine feinde gesehen hat das ist doch nice so wunderbar aus diesem grund gehen wir immer schießen durch die levels so wir sind ja noch aus lego star wars 2 kamen ja aus diesen blauen kanistern kam immer ein blauer stein raus das haben sie ja weggenommen so dann brauchen wir etwas daraus kommt genau so da oben haben wir jetzt denn ein weiteres mini kit so das heißt wir brauchen den um darüber zu kommen dann holen wir den wieder hoch und holen wir uns mini kit nummer 5 aktivieren und natürlich auch die lampe sammeln was geht sagen wir gleich neun millionen voll 100 million neun million so schön wie der steinchen zähler nach oben marschiert so genau zack 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 wunderbar okay okay kommt noch wo mit schön nice wunderprächtig was wir einsammeln hier so gefällt mir das so dann machen natürlich auch ist logisch natürlich auch so gut alle so richtig schön zusammen habe ich die wichtigsten charaktere in einem rutsch quasi drei mit ihr gut wunderbar drückt das knöpfchen so das können wir hier wunderbar wieder einsammeln tja warum auch nicht wenn die da so rumstehen wie falsch geld machen wir sie halt hier mal gespannt wie viel müssen wir hier zusammen bekommen in dem level also 100 millionen haben wir ja schon so das schöne daran so dann haben wir auch mit den scheiß nehmen sammeln 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 wird wunderbar wunderbar müssen glaube ich eine milliarde insgesamt zusammen kriegen für den einen gamers vor ich meine wenn man jetzt am anfang schon fast 200 milliarden 200 millionen zusammen haben dann kriegen wir das auf jeden fall zusammen ist jetzt man bestehen mit ihrer karotten mission mission pistolen so wir müssen ja noch ein bisschen mit einsammeln das ist klar und wir runter schön hoff 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 wunderbar denn haben wir gegeben da können wir mich gleich auch noch nach oben gehen und oben noch einsammeln wir sind jung brauchen das geld schön schön nimm denn mit gut ich bin auch hier hoch genau scheiß auf den einen darunter fällt die anderen wo auch noch runter fallen lässt sich sehen was wir gesammelt haben bis jetzt wunderbar und dahinter ist ja nichts mehr wird sehr schön da hat er die ums na so war hier noch was nein da war nichts hier ein paar dingerchen und dann mal hier nichts mehr wird sehr schön so bleiben wir hier stehen so er muss die halt erst mal daher schießen das ist klar wird da machen wir das auch doch ein paar münzen jetzt unterfallen ok wunderbar du wirst auch sterben dann räumen wir hier kurz mal auf mutter mutter so wir bauen hier den traktor aber auch nur um hier die dinger zu holen zusammen und so Okay, das gab nichts. So, mit dem müssen wir uns dahinter fahren. Das kennen wir ja schon aus LEGO Star Wars 2, aber dahinten ist nur ein blaues Steinchen, weil wir das andere schon eingesammelt haben. Gut, das Minikit haben wir ja schon, stimmt, das war ja was, das haben wir gleich im ersten Durchgang gemacht. So, dann können wir jetzt wieder hochfahren. So, machen wir dann hier kaputt. Na, haben wir die paar Münzchen hiermit. So, geht sterben, Jungs. Sehr schön. Nur mit. Alles wichtige Münzen. 200 Milliarden, 200 Millionen. Das schmeckt. Gut. So, da drüben ist auch noch was zum Sammeln. Gut. Auch ein paar Münzen. Joa, ist ja schön, was mir hier einsammelt. So. So, damit man da hoch springen kann, um da hoch zu kommen. So, genau. Hopp, hopp. Dann nimmt das so einen Umweg. Gut. Komm auch hier oben lang. Das machen wir natürlich auch. Gut. Gut. Ha. Bisschen Kackpratzen. So. Und nach oben. Schön. Wunderbar. Okay. Geh mal hier hoch. Wunderbar. Das gefällt mir jetzt nicht, dass die da so wegfliegen. Egal. Scheiß drauf. Wunderbar. Da oben haben wir schon eins wieder. Sehr schön. Gut. Zack. Ja, da kommt was zusammen. Wunderbar. So. Okay, wieso kam ich da jetzt nicht rüber? Okay. Machen wir es so. Okay. So, das waren jetzt 6 von 10. Gut. Können wir hier weiterlaufen. Jetzt zückt man natürlich gleich mal den Blaster. Um hier wieder alles blatt zu machen. Blatt machen und einsammeln. Das ist wichtig. So, wie sie gleich angerannt kommen, die Säckels. Die angerannt haben, die Falschgeld. Ist mir egal, wir machen sie von Chicago. Boing. Sauber. Sauber. Und du auch. Gut. Sprengen wir natürlich weg. Ist klar. Gut. Okay, haben wir auch sogar noch ein blauer mit dabei. Nice. Nice. So. Und du auch noch was. Und du auch noch was. Ist ja wohl klar. Gut. 400 Millionen in einem Level, Freunde. 400 Millionen in einem Level. Das lässt sich doch sehen. Schießt dir nur auf mich. Das macht mir gar nichts aus. Ja, Lappen. So. Ah, okay. So. So. Das war Minikit Nummer sieben. Wunderbar. Wunderbar. Und dann auch noch. Wunderbar. Zack. Ups. Aha. Noch weiter. So wie Lemming oder was. Wir machen alle kaputt. Wir machen alle kaputt. visten. Wir machen alle kaputt. Wir machen alle kaputt. Ich habe es nicht mehr kaputt. bisschen was gibt es noch es kommen noch einiges an Münzen zusammen wie wir sehen ist nicht gerade wenig so das heißt wir müssen jetzt hier hoch so hoch genau das brauche ich doch nicht so so genau auch mit dem Münzen hier hoch zack zack 500 millionen freundlich das ist nice datten hier schöne ausbeute aus einem level so muss dat ne so dann bauen wir auch auf so aber wir gehen da noch nicht rein nein nein hier gibt es noch was gucken wo der rest ist das da blinkt nämlich auch noch was da oben genau genau so nehmen wir auch mit so zack 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 wunderbar so genau so kommt man dann hin zack 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 z Okay, da geht nichts, wunderbar, schön, auch die, wo hier runterfallen, sollen wir mitnehmen, genau, wunderbar, so, das war das, genau, jetzt nehmen wir das da, alles Münzen, das treibt den Stein in die Höhe, das ist das Schöne daran, dann auch, so, so, jetzt schießen wir noch mal hier, genau, so, dann schießen wir hier unten auch noch kurz, aber doch ab, wunderbar, sehr schön, was mutt, das mutt, ne, wir nehmen mit, was wir jetzt mitnehmen können, sauber, so, schön, es gibt eine gute Ausbeute hier in dem Level, also, das muss ich sagen, richtig nice, so, dann machen wir dann hier gleich erst mal, so, dann haben wir den ersten schon mal frei, wunderbar, gut, so, muss ich aussuchen, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts, da wollen, immer noch zuerst nach links gehen, gehen wir jetzt auch nach links, wunderbar, also, ich würde sagen, wunderbare Ausbeute hier, genau, 500 Millionen, fast 600, die 600 kriegen wir noch zusammen, die machen wir auf jeden Fall voll, noch mal gespannt, dass wir noch zusammen kriegen, hm, verschwindet, so, gut, machen wir das schon mal, wunderbar, so, machen wir den, aha, 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 machen wir den da, ich weiß nicht, was der da macht, da kann ich jetzt nichts machen, so, genau, jetzt kann ich ihn hier einschieben, gut, so, was war das, okay, muss ich gucken, wie komme ich darin, wow, das war ein Bums, das hat hier Rums, ne, so, betätigen wir den Hebel, ist klar, dass der jetzt aufgeht, aber auf diese drei Münzen, da ist, das ist mir jetzt egal, wir müssen jetzt hier rüber, genau, brauchen wir nochmal den hier, hauen wir den mal auf die mit, genau, sehr schön, war auch ein guter Rums, und auch ein guter Rums, immerhin ein paar München mit dazu, was halt runter fällt, fällt runter, kann man nichts machen, so, dann können wir jetzt hier rein, so, und wir müssen jetzt damit hier irgendwas machen, so, und so kriegen wir den roten Stein, schön, sieht, wie der läuft, der Ewok, sieht schon ulkig aus, gut, dann sind wir auf dieser Seite, sind wir dann natürlich fertig, da haben wir alles, wir haben zwei Schlösser offen, da haben wir ja noch sieben Milliarden zusammengekriegen, ja sieben Millionen, gut, weg mit mir, geh, sterben, so, Länder weg, wunderbar, Länder weg, wunderbar, denn hier, denn hier, gut, und da geht's nach unten, aber da unten drin haben wir nichts, nein, hier können wir wieder hoch, schön, genau so, das ist wichtig, so, dann ist nämlich hier, das Minikit drin, ein Minikit, ein Minikit, ein Minikit ist dann hier, oder wie, oder was, oder wo, was weiß ich, gut, dann sammeln wir hier halt, einfach mal alles ein, was gibt, ne, gut, so, ja genau da ist es, Minikit, ja, noch einiges zusammen, dann mindestens sehe ich gerade, Minikit Nummer 9, so, jetzt müssen wir hier hoch, okay, erst mal aktivieren, schön, vielen Dank für die Stats, wo kommt die Sammeln wir noch alle ständig hier ein, ist ja wohl logisch, gut, so, ich bin mal gespannt, wie viel zusammenkommt, noch einmal 50 Millionen da rausholen, das wäre nice, so, wow, gut, wow, guck mal, wie sie gleich dastehen, wie die Geier, weg, wie die Geier, stehen sie gleich da und warten auf mich, so, komm, wir gucken noch, was wir ausholen können, wir beenden das Level noch nicht, so, die 10 Minikitz haben wir, ach, das war der vorletzte Hebel, sehr schön, und da draußen sind sie den Münzen sowieso wieder weg, gut, und nach, 655 Millionen Leute, und das war der letzte, und das war der letzte, und das war der letzte, wunderbar, 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 von den ersten und dem zweiten auf, genau, wunderbar, noch ein paar Feinde hier, noch mehr, was das, okay, das war's, 60 G, Geheimer Meister, sammle alle vorhandenen roten Steine ein, denn GameOSCO haben wir uns eingeheimst, sehr schön, Super Evo Katapult, nice, so, und wir haben 800, 823 Millionen Stats eingesammelt, nice, Respekt, muss ich da sagen, da muss man Respekt haben, ja, 34 Minuten hat es jetzt gedauert, uh, und somit haben wir ja, eine Milliarde, eine Milliarde zusammen, 156 goldene Steine, vier goldene Steine fehlen uns noch, dann haben wir, fertig, so, gut, dann gehen wir mal in die Mos Eislinger, die haben eine Milliarde Stats, hm, wieso kriegt man dann ein GameOSCO, und 10 Milliarden oder 100 Milliarden kriegen, oder 999 Milliarden, ich weiß nicht, weil eine Milliarde haben wir ja schon, so, dann, so, nehmen wir den, dann machen wir jetzt hier den Kass, und dann machen wir die Herausforderung, meine Freunde, ja, wie soll es auch anders sein, dann holen wir uns die 10 blaue Kanister, so, Versuch Nummer 5, gehen wir rein, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen, wir müssen suchen, wo der ganze Scheiß ist, so, gehen wir den Django, wir müssen suchen, wo der ganze Rotz ist, so, erste, ach, und fahren wir wieder runter, schubs Minus, genau, zack, einmal, so, da drüben war ja nichts, hier lag auch nichts rum, so, dann ist einer hier hinten, so, zwei, gut, so, da oben waren nichts, dahinter ist nichts, da ist auch nichts, da oben ist nichts, hier müssen es suchen, da oben ist auch nichts, hier den dritten, da oben ist nichts, da oben ist auch nichts, hier gehen wir hier unten noch, gut, so, dann kommen wir hier hin, und sprengen wir uns selbst weg, da kommt der schon da, da haben wir nochmal vier, na, du die aus dem Weg, du Nacken, aber das ist zu viel Zeit, du bleibst bloß unten, Junge, so, viermal ja schon, ja, lass mich laufen, da ist Nummer 5, da ist Nummer 5, so, zack, Nummer 5, da hinten war ja nichts, das war jetzt Nummer 5, so, da oben ist auch nichts, da hinten ist auch nichts, da ist nichts, okay, gut, wo kommt denn der da jetzt, ja, Nummer 6, hier haben wir dann nichts, da oben ist auch nichts, hier liegt nichts rum, da oben ist auch nichts, da oben ist nichts, da oben ist nichts, da oben ist nichts, da oben ist nichts, so, ein paar Stück fehlen uns noch, hier ist aber auch nichts, okay, das ist nur 5 Minuten Zeit, alles zu sammeln, so, jetzt mal setzt, hier war jetzt nirgends was, Nummer 6, hier ist Nummer 7, so, das war Nummer 7, so, das wird noch Nummer 8, da ist nichts, und hier ist nichts, das könnte aber auch sich irgendwie hinterm Baum verstecken, so, oder da hinterm Baum, auch nichts, okay, gut, gehen wir jetzt hier weiter, Nummer 8, okay, jetzt gehen wir schnell durch, so, jetzt ist da hinten noch einer und einer, ist ein Bunger, und dann habe ich sie alle, springen wir den Scheiß da mal weg, genau, so, ich habe nur noch 3 Minuten, die Jungs, nur noch 3 Minuten Zeit, lasst mich jetzt in Ruhe, lasst mich durchrennen, ich habe es eilig, yo boys, ich spring mich selber weg, das ist mir egal, erst mal 5 Minuten, das ist mir egal, wie vorher ist es? ich habe es, nie raus, ich weiss, wie viel zufüge ich sie nehmen, mit dem Hanhgehen alles in Ruhe, auch nie, eben, ich habe zufügel pleins Engel, aber ich habe es, ich mache mich richtig jetzt, aus mir Vamos zufügel, in Ruhe, auch immer noch einmal weg, ich Vicegegegegegegegegegegegegegege- so, das kriegt man hin das schaffen es noch gut in der zeit so dahinten schon nummer neun sagt und der zehnte ist im bunker so war der ist links oder war der rechts auf der anderen Seite na da hinten liegt er doch die richtig gelaufen da lektar nur 10 stark Buhl im fünften Anlauf meine Freude im fünften Anlauf so gut ich bin froh dass ich das jetzt doch noch geschafft habe so ab in den Mos Eisley Cantina roten Stein müssen wir her da müssen wir glaube ich noch kaufen jetzt gehen wir jetzt hin und kaufen denn und dann müssen wir ja alle gekauft haben ich weiß jetzt nicht mehr ob wir schon gekauft haben den letzten ne die haben wir gerade hier eingesammelt so gut holen wir uns denn schnell wir holen uns das Ding dann haben wir noch zwei Kapitel vor uns so genau das war der super Evo Katapult genau 25.000 gekauft nice so dann der letzte Charakter uns noch fehlt ist noch gesperrt kriegen wir noch nicht nur warten so wie viel haben wir jetzt so nach 45 Stunden nochmal 98,3% Freunde das ist nicht mehr viel was wir brauchen nicht mehr viel gut dann gehen wir gleich mal wieder hier rein so dann ist das letzte also das vorletzte das ist hier die Schicksal genau den haben wir jetzt gemacht das ist immer alles fertig ja meine Freunde dann sind wir wieder am Ende des Videos angelangt wenn euch das Video gefallen hat auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen würde mich sehr freuen wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt dann einfach den Abo genug betätigen schon seitdem der Power Army dann noch die Glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt wisst ihr ganz genau Sergeant Power ist am Start Sergeant Power war ein Video geladen Sergeant Power ist lost im Game und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv slash xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen und wenn jemand einen Trinkgeld da lassen möchte dann auf www.paypal.me slash xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen ja meine Freunde jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer lasst euch nicht die Ärgerung nicht von dem Wannsmeißen wenn ihr schlafen geht lasst die Hände über der Bette gespielt nicht an euch selbst rum lasst euch einen Partner machen alles andere ist ich bin dann raus wir sehen uns im nächsten Video im nächsten Livestream wieder machts gut und bis dann ciao ciao